Hey Leute! Heute wird es spannen ein neuer Bedwars Player hat mir etwas gegeben wenn ihr sehen wollt was er mir gegeben hat dann schau das Video. Schaut gerne auf Twitch vorbei da gibt's coole Livestreams. Erster Link in der Videobeschreibung. Abonniert gerne und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020